Mein Name ist Armin Peter, ich komme aus Deutschland aus der Nähe von Köln und ich bin seit dem 5. September hier in Kharkiv als Language and Project Assistant. Ich arbeite an zwei Universitäten, unterrichte dort Deutsch und helfe den beiden Universitäten, Kooperationspartner in Deutschland an anderen deutschen Universitäten zu finden. Die Arbeit macht mir sehr viel Freude hier und ich könnte eigentlich jeden einladen, hierher zu kommen, in die Ukraine und hier bei Multikulti mitzuarbeiten.